hallo zusammen wir haben hier ein t4 california ausbaut und wir haben hier eine steuerung wenn man jetzt das auf dem kopf anschaut ist das die 102 n 30 30 wenn ich auf dieser steuerung hier in der mitte ich müsste man jetzt alles anhängen hier ventilator plus hier wenn ventilator minus und hier habe ich die sensleitung und wenn ich dann das anguckt davon auf dem display da blinkt der kühlschrank als alarm wenn ich das abhängen hier diese schwarze leitung auf d dann funktioniert der kühlschrank weil diese steuerung die hier drin ist ist nicht original original wer die steuerung hier mit 101 n 0 335 wenn ich also die fast identische steuerung hier bringen aber nicht mit 35 programmiert darf ich dass den sensorleitung hier nicht anhängen ich wünsche euch einen schönen tag aus dem t4